Musik Es ist Dezember 2021 und die Werkskapelle Böhler mit Zuschlag Königsberg hätte sie auch gerne heuer wieder zum traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen. Die Corona-Pandemie lässt dies im gewohnten Ambiente nicht zu. Auch müssen wir auf unsere Weihnachtssammlung für einen karitativen Zweck heuer verzichten. Die Nutznießer dieser Weihnachtssammlung, heuer die Kinderkrebshilfe wieder, sollten aber nicht leer ausgehen. Deshalb, wenn Sie unsere Bemühungen unterstützen wollen, dann bitten wir Sie um eine Spende für die Kinderkrebshilfe auf unten angeführtes Konto. Die Werkskapelle Böhler mit Zuschlag Königsberg wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein trotzdem fröhliches und friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest 2021. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018